Rosemarie Scheuerlin Gepp Schändel ist eine saarländische Politikerin. Sie ist mit Paul Gerhard Scheuerlin verheiratet, evangelisch und hat drei Söhne. Beruf und Politik Rosemarie Scheuerlin studierte von 1947 bis 1953 in Tübingen Medizin. Ihre Dissertation schrieb sie zum Thema Nebenschilddrüsen. 1953 heiratete sie den Internisten Paul Gerhard Scheuerlin, mit dem sie 1970, da dieser dort Professor für Innere Medizini wurde, nach Hamburg übersiedelte. In den Jahren 1977 bis 1985 war sie Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung in den Kabinetten Röder V. Isovizei II und III. 1983 hätte sie als Nachrückerin in den 8. Saarländischen Landtag einziehen können, allerdings nahm sie das Mandat nicht an. Anschließend führte Scheuerlin von 1986 bis 1988 den Vorsitz des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Auszeichnungen Rosemarie Scheuerlin ist Trägerin des großen Verdienstkreuzes. Veröffentlichungen Tierexperimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Nebennierenschilddrüsen nach doppelseitiger mechanischer Nierenschädigung. Tübingen 1957 Tübingen 1957 Tübingen57 Tübingen 57 Tübingen 57 Tübingen 57